Musik Wusel ist gerade einfach das Gameplay Ich habe nicht so viele Zeit€better Das ist einfach DAS 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 GOOL Lauf! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 E.A. Cup. E.A. Shield, der Erste, oder? Glaube ich. Willst du dich haben? Willst du dich haben? Hab ich dich verarscht, ja? Hier, also, komm her. Komm her, hierher, komm. Okay, jetzt fertig. Na, Maxi. Okay, wir sind durch. Wollen wir jetzt, äh, fahren? Ja, würdest du sagen, oder? Wo bist du vor der Notaufnahme? Bin gestürzt und hab mir die Hand aufgeschnitten. Und was machst du vor der Notaufnahme? Darf drinnen mein Bier nicht trinken. Kreisliga-Fußball lebt. Das ist so stark. Okay, das ist geil. Ja, und reden. Ich seh mich nicht. Wo bin ich? Du bist oben bei der Ecke. Ach, ich hab die Ecke. Ja, verstehe. Alter. Äh, ich dachte, das hätte ich mir immer weggenommen. Oh! Klar, da. Mach mal auf der Kies, wenn es geht. Ja. Das ist nicht der Kies. Kies! Ach, äh. Kies. Sorry. Jetzt kriegst du nochmal die Chance. Jetzt holst du mich ran, ich könnte heulen. Warum holst du mich jetzt ran? Bin kurz. Hast du nicht vor uns gesagt, du kannst keine Ecken? Ich nehm's dir ab. Ja, gerne. Ich glaub dir, dass... Klasse. Danke, bin ich blau oder lila? Boah, äh, nochmal. Alter, was ist los mit dir? Tut mir leid, ich bin ein bisschen farbenblind. Du bist blau. Alter. Gut, okay. Hey, weißt du, was lila ist? Sonst, Riggi? Der Unterschied ist nur, weil heute klappt das gefühlt immer. Ja, gut, aber... Der darf ich direkt schießen durch der Fall. Ihr wollt mich doch verarschen. Flagge, Flagge jetzt. Klasse, Pass. Da ist die Hereingabe. Nein! Gibt's denn das, ist nämlich der Übel? Der Einzige, dem man hier zugucken kann, ist momentan David. Und das sag ich wirklich mit sehr schlechtem Gewissen. Schwarz ist. Hallo? Ganz klasse, Moni! Stark, Toni! Und wieder einer auf der Tribüne, der nichts mehr sehen kann, dank dir. Kein Problem! Ganz klasse! Das wollen wir sehen, sowas. Gibt's eigentlich die Möglichkeit, dass wir Toni irgendwie verkaufen können? An der fünften Liga oder so? Ja, wieso könnte ich den Fokus? Dass wirklich gar keiner Fokus bekommt. Was soll ich von der Abseits fahr? Das darf doch nicht fahrvollen! Also ich... Ich will mit dem nicht mehr zusammenspielen. Das macht mir keinen Spaß. Alleingabe. Das ist doch wohl nicht! Du willst dich doch verklopfen, Junge! Was soll ich denn sagen? Was ist denn da beide raus? Ohne Scheiß nach dem Spiel, wir wechseln die ganzen Formationen um. Ist doch scheißegal! Oh, okay. Alter, ist das dein Ernst? Das ist dein Scheißernst, das ist! Wirkt der Sound! Scheiße! Ja? Ja! 2 Minuten sind... Toni, wieso grätschst du da? Ja, damit! Time for time, Bruder! Boah, sauber, Toni! Ja, Toni, geil! Leute, möchte... Kein Bock, das jetzt nicht... Jetzt die Flanke! Bitte! Da! Da! Das ist nicht wahr! Du bist du dann! Ohneee! Was ist denn hier los, Mann? Oh mein Gott, das ist ein eigenes Ding! Ja! Wenn du das nicht machst, kriegst du das hinten rein! Sehr gut hier! Klasse aufgepasst! Ohohoho! Das Gesicht! Haug! Und nur dein Schuss! Och meiiine Fräkste, ey! Das Ding bist du so geraped, ey! Hahaha! Da! Ich hab's, da! In der Schuss! Ich hab's, da! Ich hab's, dass ich da so schön in die Gegenspieler rein meinst! Ich kann auch fragen! Haben die Lorte! Ich muss trotzdem nicht sein, ich muss noch hier... Oh, nee, nee. Ja, Dirk, bitte. To... Tony, ist das dein Ernst? Das Beste ist, der Ifo hält die normalerweise noch bekommen müssen, aber er haut ab. Aber Tony, ist das dein fucking Ernst? Das war so'n schöner Pris. Genau, flach und schnell und direkt und easy. Boah, Alter. Tony, treib's nicht zu weit. Ja, das hab ich mal ein ganzes Gefühl. Ach, David. Ich glaub, man kann's echt mal in die kurze Ecke. Okay. Jetzt kann er nicht langweilen. Er schließt. Nein. Jawohl. Geht's doch. Bappe. Entbappe. Ja, aber ich... Mach's selber, Alter. Das ist abseits. Ich will das fast jetzt nicht mal aufmachen. Das ist der erste vernünftige Angriff. Du hast aber auch schon sechs Möglichkeiten dafür. Das war der Schuss. Jetzt der Schuss. Da ist es denn ein tolles Tor. Warum hast du den jetzt nicht gepasst, du Ego? Da hätt ich kein Vertrauen da in meine Mitmenschen rum. Ja, wenn ich so... Ja, wenn ich so... Wenn ich so hoß den Giuder, dann hitten. Ja, dann bin ich so hoß... Ja, ich würde mich so hoß. Ja, ich würde mich so hoß deni. Ich würde mich so hoß den Giuder...